Warte, ich tu doch nicht den Hupfick Leute, ist doch egal. Du bist Toto, ne? Ich bin Toto, du bist Harry. Nee, ich bin Harry, du bist Toto. Ja, wenn ich Toto oder was? Ja, das machen wir immer spontan. Okay, alles klar, wir wechseln. Wir sagen einfach, wir sagen erst, du bist Harry. Ey, wenn du erst hast du rein. Und dann sagt, dass du Toto bist. Ja, das ist einfach so, ne? Je nachdem, fühlst du dich grad mehr Harry oder mehr Toto, ne? Ja, Harry ist der Dumme, ne? Wenn du dich dumm fühlst, sagst du Harry. Wenn du dich schlau fühlst, sagst du Toto. Ja, du bist Toto, genau. Bist du der Böse oder der Gute Cop? Ich? Ich bin, ja, kommt drauf an. Wir brauchen einen guten und einen bösen Cop, ne? Ja, ich bin immer böse und du bist noch böser. Ich weiß es nicht. Ja, du warst ein Böse, Böse. Ey Tim, ich hab einen Polizeihut und du Junge. Wenn das, wir haben das hingekriegt. Wir sind davon gekommen ohne Harry und ich hab einen Polizeihut. Ja, ey, 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 ey. Ich bin tot. 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 Der Auto, Alter, ey.